Hi, mein Name ist Latou und ich bin der Office-Doc von Valmano. Da hier alle so viel zu tun haben, um euch eine möglichst schöne Weihnachtszeit zu bereiten, dachte ich mir, ich führe euch einfach mal rum. Hier geht's lang, kommt einfach mal mit. So, da bin ich auch schon wieder. Gucken wir uns doch mal ein bisschen um. Hier ist der Kicker. Keine Ahnung, was man damit macht, aber die Tischbeine schmecken gut. Ah, die Einkäufer. Die sorgen dafür, dass ihr immer die tollsten neuen Artikel bekommt. Und hier haben wir die Grafik- und Marketingabteilung. Die Seite soll ja auch immer super aussehen. Moment, erstmal an die Bar. Oh, das ist der Mutti. Hallo. Das war's auch schon fast. Wir haben natürlich noch eine IT-Abteilung für ein super Fotostudio. Aber das zeigen wir euch vielleicht ein andermal. Oh, da ist mein Lieblingsplatz. Nichts wie hin. Und wie ihr seht, alle schwer beschäftigt. Also Weihnachten kann kommen. Jetzt könnt ihr euch noch etwas inspirieren lassen von meinen Kollegen. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Felix von Bismarck und ich bin einer der beiden Geschäftsführer hier bei Weimano. Auch ich möchte Ihnen einen kleinen Einblick in meine diesjährige Geschenkeplanung für Weihnachten geben. Dieses wunderschöne silberne Armwand werde ich meiner Tochter, gerade viereinhalb Jahre alt, schenken. Und ich bin sicher, das wird für große Augensorgen unterm Weihnachtsbaum. Hallo, ich bin Simone. Ich arbeite im Online-Marketing bei Weimano. Und ich werde diese Herzkette meiner Schwester schenken. Sie ist aus echtem Rosé-Gold mit einem kleinen filigranen Herz mit echten Diamanten. Und ich denke, sie wird dir ganz besonders gut gefallen. Hallo, ich bin Frank und ich leite bei Weimano den Einkauf. Ich werde meinem Bruder dieses Jahr eine Uhr der neuen Trendmarke MVMT aus Amerika schenken. Die sieht so aus. Hat ein rosé-farbenes Gehäuse, liegt damit absolut im Trend. Und ich bin mir sicher, dass er sich sehr darüber freuen wird. Hey, ich bin Elli und bei Weimano für den Bereich Social Media zuständig. Vor kurzem habe ich mir diese Daniel-Willington-Uhr gekauft und meine Freundinnen sind ganz verrückt danach. Deswegen weiß ich schon ganz genau, was ich meiner besten Freundin zu Weihnachten schenke. Hi, ich bin Matthias. Ich bin Werkstudent hier bei Weimano. Und ich schenke dieses Jahr meinem Vater zu Weihnachten diese Armanduhr von Jacques LeMond. Ich weiß, dass er die Marke sehr gut findet und fand diese Uhr hier einfach besonders schön wegen dem schwarzen Armband und dem schwarzen Ziffernblatt. Und deswegen denke ich, dass er sich da auch drüber freuen wird. Hallo, ich bin Sunny. Und ich bin bei Weimano für den PR-Bereich zuständig. Was wirklich super ist, wenn man bei einem Jubilier arbeitet, ist, dass man eine Unmenge an Geschenke dienen hat. Für meine Mutter habe ich mir diese Weihnachten überlegt, dass ich ihr Perlenohrringe schenke. Diese hier von Valeria finde ich besonders schön, da die noch einen kleinen Brillanten oben drüber haben. Meine Mutter liebt Perlenohrringe und generell Perlen. Und ich weiß, ich werde ihr damit eine große, große Freude machen. Frohe Weihnachtszeit! Wir legten es mal zu früh. Wir alle schon Luft geholt haben. Das war die